Ach Mat, was hast du da für Sachen? Die sollst du dir erzählen? Nein, das hat er mal gegeben. Zum Eis probieren. Ich dachte, wir müssen vor dem Sommer das unbedingt noch einmal nachholen, was wir da das letzte Mal verpasst haben. War zwar ganz lustig im Studio, aber ein bisschen im Freien schadet auch nicht. Jetzt bin ich schon drüber auf dem Berg, aber alles geht auch nicht. Steffi, brauchst du ein Foto oder ein Schock? Die Sonne! Gehen Sie sich zu Hause? Sie haben hier einen kleinen Schock, Das war doch nicht so, dass er mir in unserer Aufnahme geschaut hat. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020